Ich stelle mich mal weiter weg. Für dich! Strike! Sie ist im Himmel, um ihre Mutti wiederzusehen. Allerdings ist das unmöglich ohne Augen. Du hast dich mit dem Fatschen angelegt. Ihr Tür-an-Tür-Freund. Soll das ein schlechter Scherz sein, du Idiot? Also, wo ist mein Bruder? Sag schon, wo ist er? Wie viele Kronen hast du? Was? Ich habe ein Pfandleihaus. Ich nehme Goldzähne. Ich werde sie gut aufbewahren. Und ich kann noch jede Menge mehr gebrauchen. Ich muss sie gut aufbewahren. Der Schwertig ist eine Strecke. Ich werde sie nicht verdrehen. Gah! 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 Du schwein! 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 Du schwein!